Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Kommt der an? Er könnte zum Tor ziehen. Jetzt der Schuss. Der ist gefährlich. Ein ganz abgezockter Spieler. Der hat das ganze hier abdezibriert. Der hat den Power genommen und er hat den Bein gebracht. Der wechselt gleich noch einmal.